Es soll nicht meine Aufgabe sein, zu prüfen, wie viel Schuld Reinhold Messner auf sich geladen hat. Diese Bürde wird ertragen müssen bis ans Ende seiner Tage. Was Dr. Dr. Karl-Maria Herrlikoffer hier behauptet, ist nicht die Wahrheit! Und als nächstes machen wir was, was noch keiner gemacht hat. Nanga Pavert! Reinhold, du bringst mir den Günther Heil zurück. Versprochen. Wir wollten nur weg, raus aus der Enge, fort von zu Hause. Wir kletterten nach unseren eigenen Regeln. Wir waren Brüder, Freunde, Partner, verschworene Seilschaften. Der Nanga! Nur eine starke, schlagkräftige Mannschaft kann den Nanga besiegen. Wir müssen ihn ja nicht gleich besiegen. Mir reicht schon, ihn zu besteigen. Dieser Berg hat von unserer Nation so viele Opfer gefordert. Ein Berg ist chaotisch. Kälte, Hitze, Schnee, dünne Luft, Lawinen. Nur ein einziger dieser Faktoren reicht aus, um jede Planung über den Haufen zu werfen. Verflucht! Oben am Berg sind wir enger zusammengewachsen als je zuvor. Es war, als würden wir eins. Wir verstanden uns ohne Worte, ohne uns einander erklären zu müssen. Wir gehören zusammen. Komm! Vielleicht kann ich mal vom Bergsteigen leben. Das kannst du nicht einmal, wenn du berühmt bist. Um berühmt zu werden, musst du als Bergsteiger erst mal sterben. Komm, Günther. Wir haben keine Zeit mehr. Einhold, lass mich nicht allein. Ich lass dich nicht allein. Der neue Film von Josef Filsmeier. In Zusammenarbeit mit Reinhold Messner.